Dann machen wir weiter. Okay. Darf jetzt halt echt nur einer sein? Ach, vorbei. Muss halt, ne? Barfurter Lackschuh heißt es jetzt. Nein, scheiße, das ist ein zweiter. Ah, hab das schon reflektiert, das ist eh nicht. Aber da kannst du ja nächste Runde beschießen, das ist so cool. Ah, Schnellfeuer, schießen, weg. Oh, hat schon gereicht. So, einmal nachladen. Die Stinke-Seuche von den dünnen Männern bin ich ja nicht durch. So. Also egal, wie wir es durchspurten. Nein, der trennt ja da runter. Bei manchen sollte ich vielleicht öfter die Ansicht drehen. Jetzt zum Beispiel. So, viel einfacher. Keine Missverständnisse. Und du, wie dann kannst du laufen oben zu spuren und dann auch mal bis dahin? Na egal, auch mal bis dahin und lad nach. Nachgeladen. Sie treten den Rückzug an. Ja, auch mal. Oh, fuck. So. So. Hm. Beide mal daneben, die sind nicht uncool. Alter. Na gut, dafür hast du ihn jetzt fast getötet. Demolition. Ah, was? Kann ich ja bitte weiterlaufen? Ne. Egal, dann noch trotzdem mal bitte dahin. Dann hast du ihn hoch und dann hast du den nächsten Herdnum. Zugeschuss verpassen. Wie komme ich jetzt hier wieder hoch? Alle hinten in der Rampe. Okay. Und dass du jetzt mal hier hinkommen und den Typ heilen. Du bist gleich wieder in Gefick. So, du. Lass mal hier in Vorrücken. Und du, sieh jetzt hier mal den Posten. So, du. Sehr schön. Das hier zerstören. Tu das jetzt mal, soweit du kannst vorspurten. Herrlich. Du rennst hier hin. Nutzt den Enterhaken. Um dahin zu kommen. Gucken wir jetzt mal hier hin. Ja, komm, heil nochmal. Besser ist das. Dann wieder voller HP. Dann wieder in Gefick. Oh, Freundchen. Ach, verkehrte Nacht haben wir müssen. Böööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Bis dahin? Und nachgeladen, sehr schön. Schau, mein Gott, läuft mir noch dahin. Was war das für ein Geräusch? Ja, klar, viel laufen und schießen. Passiert jetzt was? Nö, aber ich hab mir nicht eine sehr gute Position erspielt. Lade jetzt mal nach. Na, ich spurt jetzt mal. Ja, jetzt kommst du zum Schluss, beziehungsweise ich untermach so gar nichts, außer dich mit hier in den Gürer bewegen. Ja, manchmal ist mein Muffel ein bisschen fail. Ja, da draußen, oder auch da drin. Also über Tab und Shift können hier ganz elegant durchswitchen. So, du hier, mach mal, mach mal die Tür. Ach, hier schon wieder. Ja. Na, aber ihr lebt nicht lange. Das kann ich euch. Ich habe genug gesehen. Jetzt wissen wir es ganz genau. Das Forschungsziel der Aliens ist eine große Gefahr für die lebenden Menschen. Ja, von mir aus. Schiebe lieber den hinteren kaputt. Ach, scheiße. Äh, ja. Ach, du hast sie schon richtig alle nämlich irgendwann so lernen, der noch was machen kann. Ja. Nein, ich will das nicht. Mein Gott, ich wollte eigentlich schießen. Okay, vielleicht haust du den ja auch um. So, hier einmal. Feinstes Eisen weg. Ja, dann. Sechs siehst du. So. Mal gucken, irgendwo sind noch welche. Frage ich mich wieder mal. Was war das? Aha. Ist es praktisch außerhalb vom Raumschiff oder was? Soll ich jetzt hier wieder raus müssen? Und wenn das so ist, dann nehme ich meinen Spezialausgang. Gehe zum Angriff über. So. Na, scheint so zu sein. Ja, dann. Guck ich dir eine Rolle als Tür öffnen, spiel. So. Du gehst dann auch mal in Stellung. Und du kannst auch nach vorne. Ja, schön. Ich kann einfach den ganzen Weg aus dem Raumschiff wieder zurückgehen. Ich finde ein einigender Variante wäre. Ich spreng einfach ein Loch in die Schaltraumschulwand. Weißt du, seit neuestem hier so schöne, feine Granaten. Zählt sich, die kann dann auch hervorragend Wände öffnen. So zum Beispiel. So. Ah ja. Hat es geklappt. Hinten. Neu. Neu dorter Arschloch. Erster Down. Erster Down. Ja, ich will das so eine Reichweite. Okay, hat sie wahrscheinlich nicht. Bewusst das großblechlich zerstört. Dann werden wir noch da hin. Wollte ich mich verarschen? Ich sehe doch die Penner da hinten, oder? Ach scheiße, jetzt ist natürlich wieder die Leiche, die ich... Ach egal. So einer wieder mit auf der Stelle, der andere lebt nur noch. Höh? Das war schon. Easy. Angrauff am Ende, ich weiß, dass ich ihn angreifen kann. Sehr schön. Was ist das? Ah ja. Sehr gut. Was hat die jetzt? 8 plus 6, sehr gut. Der Werker-Autoziehen. Der Werker-Leiche. Oh. Schöne Sache hier. Gespeichert. Okay. Okay, ich würde sagen, dann lasst es mal für heute soweit gut sein. Ich denke, es waren halt auch noch mal ein paar schöne Videos dabei. Morgen komme ich vielleicht dazu, das weiß ich noch nicht. Ansonsten komme ich frühestens wieder Mittwoch dazu. Zu spielen, Dienstag ist vollkommen geblockt. Und ich denke, man sieht sich dann die Tage. Bis denn. Tschüss. Bis denn. Bis denn. Tschüss.